Was ich aber vergessen hab, sagt mir mein Gehirn ein. Ähm, ja, und ich spiel wirklich das erste Mal gerade. Hab davor noch nie mal angemacht. Hab wirklich eben frisch gedownloadet. Und gleich, Spiel an, und gleich, oh mein Gott, der Pegel schlägt aus. Ich tritt schon mal, ey. Ähm, so. Und gleich runterladen. Also, man kauft es sich ja jetzt überhaupt schon, ähm, lädt es runter und dann geht es ganz schnell. Was mich daran ein bisschen ärgert, dass man jetzt alles überhaupt schon macht, Leute, die kein Internet haben. Okay, ich hab jetzt Internet. Aber Leute, die kein Internet haben, für die sieht's ein bisschen, naja, ich will ja nicht sagen. Sieht schon ein bisschen scheiße aus, wenn sie was machen wollen. Na gut, ähm, hier mal Techtelmechtel. Ist ja gerade inspiriert, er ist gerade Energiegeladen, kann man sowas gut machen. Gut, dann kann man in der zweiten Folge gleich mal hier, so. Ich begebe mich schon in Stellung. Ja, ja, in, in, wo geht denn hier hin? Babeli? Ui. So. Uff, 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 uff. Okay, reicht. Ähm. Gut. Gut. Wenn sie klappt hat, äh, ist sie gut. noch gucken wie lange noch im urlaub ist okay man kann den urlaub verlängern noch das ist auf jeden fall cool jetzt schlafen beide noch dünne geschlafen oben ich habe mich jetzt überhaupt noch nicht man verwenden können die ok machen wir mal öffnen toll dann schönes hotel die messen im kühlschrank im kochen man kann die sandra doch hier unten tortellinis grüße so machen wir gleich viel nachfolge und so und sonst hygiene den kann sie im bad nehmen ein schaumbad am besten macht sie gleich danach der junge mann hier so der und das sind gut an na wirklich eben das ich habe überhaupt noch eine ahnung das ist ja nur dass man hier wirklich mieten genügend ich habe ein video schon guckt auf youtube mehr aber auch noch nicht was er ein bisschen leute die kein internet haben können überhaupt nicht mehr sims spielen und selbst wenn die erweiterung specs gehen jetzt wahrscheinlich hauptsächlich auch nicht mehr weil die ganzen guten erweiterung specs jetzt nur noch für für im dinge möglich sind verpixeln ist doch total wie wir denken sich sowas aus hier zu ihr die dioten die vor ich habe kein problem mit dem nackt am pinkel becken stehen wobei aber mann wo ist und ich beim partner das wasser drüben war man immer durchsichtig ein durchschnitt so es inspiriert und sie mal gucken kann sie wie sie ach scheiße ich glaube ich weiß den fehler und ihnen mehr auswahl gut mal interessant gruppen aktivitäten gibt es ist neu romantik baby machen das ist das ist das müssen wir jetzt machen wir haben wieder ein bisschen geld bekommen wenn es klappt das wäre so cool und warum fühlt er sich unwohl jetzt ist so glücklich mit dem häuschen tüchtel müchtel mal gucken vielleicht können wir schon das hier schwangerschaftstest machen los los ich kann nehmen und schwanger werden gibt es für zwei erste herzlichen glückwunsch petra wartet endlich wir haben es geschafft es mal für zwei sieht man schon ein kleines kohlabäuchlein sieht man schon ein kleines kohlabäuchlein du bist es wird das und für den neuen zu um nun und 10 nja so gereicht um es reicht so richtig so richtig so richtig darauf kann man sitzen ja das auch nur der kalt auf holzstellen sitzen spielten mit und er hat die lagerfeuer gemacht wird noch in der ach wollten ja das kann jetzt machen wie geht es löschen einladen abzuhängen spielen abhängen holzscheit hinzufügen kann in die wolken betrachten bauen kann er das jetzt gerade machen die es von alleine oder kann man das irgendwie beeinflussen gut er ist danach kann jemand im bad nehmen denn er liebt es hier muss man nicht verstehen ich nehme eine nachmachung sie sie ist im grunde genommen außer dass der schlafbruch vor allen Dingen an helllichten tage fing die an genau dann muss man auch erst mal schaffen genau 900 zu bekommen kann mich freut es gerade wirklich wusste ich freut es gerade wirklich dass die im urlaub schwanger geworden ist es freut mich es freut mich auf jeden fall hätte auch passieren können dass die einfach so schwanger oder allein im urlaub ist ein bisschen was besonderes hier das ist der richtige zeltplatz hier kann man auch richtig zelt aufschlagen und so gibt es jetzt auch zelte not der aktuellen infos aber so läuft die ganze hey gut ähm das hier ist einfach nur eine lampe ja ich würde gerne mal die neuen sachen so gucken die man so bauen kann aber naja ist ja nicht so hier na gut habe ich ja wo ich habe ich ja so ansehen ne okay ist jetzt nichts da was man machen kann das ja war das infotole ach das wirklich ein toilettenhäuschen ist es ja kein infotoilettenhäuschen gut ich muss zugegeben ich bin guten raten also hat sie jetzt hier was sie gegessen gut und danach kann sie denn wenn ihr müll mit müll machen kann die schlafen das ist dann auch und er wie wird es ja immer auf wenden und danach kann er auch in den dänen im schlafen zu machen machen konnte man ein bisschen beschleunigen da ich hier so oft die uhr gucke und mir meine die uhr sagt es ist langsam dann doch Zeit zu wählen na gut hab ich glaube du gut ist so wie ihr ich bin okay ähm auf jeden Fall eine epische Ansicht hier ja ich sage eine epische Ansicht oder eben warum leckten das gerade warum leckten das gerade warum hab ich nur einen FB-S und sagt warum 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 echt cool eingerichtet mir gefällt es ja echt gut so von einer einrichtung her so ein bisschen älter gestaltet bisschen holz ebenso alles so holzig so wirklich im naturlokal gefällt mir hier in dieser richtung man kann auch in diese richtung gehen Urlaubsende dieser Urlaub dauert noch einen Tag du kannst in den eine Ferien am Telefon oder Computer verlängern in den Urlaub verlängern willst ja ähm es war jetzt ganz cool der Urlaub aber ich werde jetzt nicht verlängern da man kann immer noch mal wenn man kleine Kühen da hat oder so können wir immer noch mal in Urlaub und ich finde jetzt noch mal extra in den Urlaub ist vielleicht ein bisschen übertrieben oder wie findet ihr das noch mal verlängern zwei Tage sind es in Ordnung und das ist verdammt teuer wir müssen ja mal wieder zur Arbeit der hier mal so sehr geschült aussieht und so der ist ja ist ja vor allen Dingen ich als ich spiele meine eigene Let's Plays habe vergessen dass der grüne Haut hat dass der Bauch angesetzt hat ist der jetzt der schwanger oder der andere nur die andere besser warum hörten das nicht auf? das ist ja nervig warum sprudelten das die ganze Zeit? na gut das war's denn hoffentlich hat's euch gefallen wir werden dann nächstes Mal nach Hause fahren gut dann würde ich sagen tschüss bis zum nächsten Mal okay das war's tschüss tschüss tschüss